Wir haben jetzt die Playboy-Menschen gefunden. Es ist allerdings kein Bande mehr unter dir. Ich glaube, dass das in die Studios der Tour recherchiert worden ist, der Bande. Ja, ja, das ist nicht, dass die das der Tour recherchiert haben. Wir sind aber gleich dort, einen Moment. Das sind alles Leute, die uns da entgegen kommen, die alle Playboy schauen wollen. Aber die waren wahrscheinlich nicht so gut bewaffnet mit so einer tollen Card wie mir. Und haben das nicht so super gefunden. Genau. Was ist damit? Eigentlich magst du das zu einem Foto, Albert. Ja, aber da steht No Stopping Any Time. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, da zu stoppen. Also das ist der Eingang zu Playboy-Menschen. Tadaaa! Steht da hinten irgendwas? Nein. Seid mal da überprüfen, ich muss nach Bote.